Noch ein Narrativ fällt mir gerade ein, das mindestens so erfolgreich wie Mia San Mia ist in Deutschland. Sag. Das ist der Kölner Lokalpatriotismus. Ja, genau. Ich habe ja schon häufiger darüber gesprochen, die überfreiheitste Stadt der Welt. Und deswegen ist sie so lebenswert. Zumindest im Karneval und in manchen anderen Situationen. Also ich zitiere immer gerne Tommy Engel, der gesagt hat, es gibt 2000 Lieder über Köln und keins über Leverkusen. Und ich glaube, dass Köln wahrscheinlich die meistbesungenste Stadt der Welt ist, weil gegeben im Karneval natürlich neue Lieder geschrieben werden. Das wird wahrscheinlich Paris und New York längst überholt haben. Und da funktioniert das auch, dieses Narrativ. Wir sind Kölner, wir sind irgendwie katholisch, aber wir halten uns nicht dran. Also dieser rheinische Katholizismus, wir sind frohnaturen, wir sind gastfreundlich, wir sind weltoffen und so weiter, funktioniert unglaublich gut. Man wünschte sich, Deutschland hätte so ein Narrativ. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und das ist doch, das fehlt doch gerade im Moment so sehr. Diese große Erzählung, die uns alle irgendwie zusammenhält. Und die kann man nicht am Reißbrett sich ausdenken. Das musst du fühlen. Die muss aus gelebter Kultur heraus erwachsen. Ja.